Okay, hier seht ihr mich beim Training zum Crossover vom Paddy zum VDST-Tauchlehrer. Ich prospitiere bei der Ausbildung zum DTSA-Grundschein in meinem Tauchverein TSC Gütersloh. Heute darf ich das Opfer spielen und liege faul am Grundrum. Das mache ich natürlich besonders gerne. Ein Schüler muss 25 Meter zu mir schnorcheln und mich an die Wasseroberfläche transportieren und dann noch 50 Meter durchs Becken ziehen. Hier rettet unser Trainer Michael mich vorbildlich aus der Tiefe. Super Michael! Danny Untertitelung des ZDF, 2020